Hier soll gleich der Chef überrascht werden, der Rainer. Rainer hat keine Ahnung, dass wir da sind, sehr wohl eine Ahnung hat, aber der Horst. Denn Horst, du hast uns gerufen. Ja. Erzähle, warum? Naja, weil er mich auslöst, aus der Scheiße auf Deutsch gesagt hat. Dafür sorgt, dass ich vernünftige Möbel kriege und mich eingestellt habe, obwohl ich krank bin. Oh Mensch. Wer kann man nicht sagen? Also ein guter Freund, ein guter Chef. Oh Mensch. Hallo. Ich bin die Eva vom Berliner Rundfunk. Du bist der Rainer? Ja. Hallo Rainer, guten Tag. Wie ruht? Hallo. Der Horst hat mir viele, viele Sachen, besonders über dich erzählt. Du bist ja sein Chef. Er hat mir erzählt, du hast ihn eingestellt, obwohl er schon älter ist, wie er selber sagt. Und der Horst möchte Danke dafür sagen und hat uns um Hilfe gebeten. Vielleicht gebe ich dir das mal, Ruth. Das ist eine Einladung zu einem richtig schicken Weihnachtsessen. Also der auf so unmöglichen Gedanken kommt, hätte ich ihm nicht zugetraut. Sehr, sehr gerne. Das ist wirklich super.